Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadows 2 Perfidia. Ja, weiter geht's. Wir sind jetzt im Flur 4. Ok, ich habe nichts verstanden. Und irgendwie, ich finde auch keine Secret Items mehr. Was zum... Oh, danke. x plus x plus x gleich Code. Ok. Ok, 26. 26. 26. Ne, hier lag nichts. Ballerien habe ich immer noch keine. Sein. 10 I love I love your dud I love your dud I love your dud dud ist doch von den Frauen da hinten dieser Knubbel, wenn sie sich die Haare zu so einem Knubbel machen 26,10,2 zusammengerechnet wären wir bei 38 26,10,2 ne 38 so da stand was da ist der Fahrstuhl boah leck mich komm schnell hier in den nächsten Flur hä hä isems like something open at the elevator and it won't let me was ja könnt ihr das nicht ordentlich hinschreiben ähm ähm hallo 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 ja hallo oh oh geht doch gleich wieder irgendwas los Besetzt 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 measurements vielleicht consciously Besetzt Points Wrum Ja. Okay. The party was fucking drinking, I was right, help me. Ich brauch selber Hilfe? Hier waren wir doch schon. Hä? Ich verstehe das Spielprinzip hier gerade gar nicht. Nö, der fährt mich nicht rum. Hier war es schon. Da gibt es nichts. Hä? Was ist das, verstehen? Ja, macht doch mal wieder Spaß. Okay, mal ein langer Flur ohne Seitentüren. Was zum... Batterien. Ü-shop. Batterien. Und tschüss. Äh, hast du mich gerade ernsthaft mit Menschenstücken beworfen? Du Arschloch. Du Arschloch. Folge mir. Und tschüss. Touch me. Was? Soll ich die Puppe einfassen? Äh. Äh. Okay. So, ich habe die Puppe an die Puppe gefasst. Nichts passiert. Touch me. Ei, 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 ei. Nein. Da gehe ich nicht raus. Nein. Da gehe ich nicht raus. Was uns mit dem Monster erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann bleibt entspannt. Nächsten Tag. Bye, bye. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.